Hier kommen zwar nur die Ersatzspieler, aber die gute Stimmung in Wolfsburg ist auch bei ihnen zu spüren. In der Europa League hat der VfL gerade durch einen 3 zu 0 Erfolg über Lille das 16. Finale erreicht. Und in der Liga sind die Wölfe nach wie vor Bayernjäger Nummer 1. Viel besser könnte es also nicht laufen vor dem Spiel gegen Paderborn. Es war eine gelöste Stimmung, klar, aber trotzdem natürlich auch dann sofort im Flieger zurückfliegen, drei Uhr erst im Bett liegen. Da brauche ich Ihnen nicht zu sagen, dass da auch momentan wenig Zeit bleibt. Das habe ich der Mannschaft allerdings auch. Manchmal würde man ihr wünschen, dass das sich alles mal ein bisschen setzen kann, weil dass man auch mal reflektieren kann, was man eigentlich gerade als Mannschaft leistet. Das ist natürlich auch in der internen Betrachtung kommt das oft zu kurz. Wir sagen zwar auch, das ist gut und das ist auch weniger gut, aber immer auf der Basis eigentlich in drei Tagen ist das nächste Spiel. Und das würde ich einfach meiner Mannschaft mal wünschen, dass sie sich auch mal kurz innehalten kann und einfach mal kurz gucken kann, ey, das ist eigentlich richtig gut, was wir da gerade machen. Tatsächlich muss man den Hut ziehen vor den Wölfen. Nach 14 Spieltagen stand der VfL in der Liga nie besser da als jetzt. Mit nur sieben Punkten Rückstand ist Heckings Mannschaft wohl die einzige, die die Meisterschaft der Münchner noch verhindern könnte. Die Wolfsburger sind wegen der Klasse und Breite im Kader noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Und vor allem wirken sie hoch konzentriert. Auch nach Erfolgen wie in der Europa League. Ich glaube, dass wir auch noch ein bisschen lernen können, Siegel zu feiern. Das geht, glaube ich, auch noch ein bisschen besser. Aber das zeigt, dass die Mannschaft einfach momentan in so einem Tunnel drin ist. Spiel gewonnen, weitergekommen, abgehakt, nächste Aufgabe steht an. Und das stimmt mich auch zuversichtlich für Sonntag, dass wir da jetzt nicht viele Worte verlieren müssen, um darauf hinzuweisen, dass wir jetzt aber den Schalter wieder umlegen müssen und und und. Dass die Wolfsburger die Qualität haben, um ganz oben mitzuhalten, haben sie bewiesen. Jetzt geht es darum, den Status als Bayernjäger zu untermauern. Und zwar mit einem Sieg gegen Paderborn.